Herzlich willkommen zurück zu Empire Total War mit der Empire 2 Mod und wir befinden uns erneut auf den Schlachtfeldern gegen die Polen-Litauen. Hallo? Jetzt schauen wir mal. Es geht hier darum, diese Armee bestmöglich komplett auszulöschen. Das ist mein Plan. Eventuell nehme ich euch auch mit dafür. Kann ich die Cohesion vergrößern? Ja geht, ne? Increase Rank. Also Increase Rank können wir machen, aber wir können nicht die Einheitenbreite verändern. So, Artillerie schießt schon. Das ist alles wie immer. Plan jetzt hier ist ganz einfach. Infanterie geht auf Infanterie und Kavallerie geht auf Artillerie. Das ist der Plan hier. Wir stellen es jetzt hier möglichst breit auf, dass wir möglichst wenig Verluste erleiden von möglichem Artilleriefeuer. Ein paar Verluste werden wir natürlich mitnehmen, das wird sich nicht vermeiden lassen. Aber wir müssen sie ja nicht höher machen, als sie irgendwie sein müssen. Okay. Geht hier direkt mal auf. Wie gesagt, dass die schnell die Artillerie ausschalten, das ist schon mal das Wichtigste. Und jetzt können wir nämlich auch mit denen etwas entspannter schon vorgehen. Kein einziger Mann verloren. Sehr schön. Einer. Einer ist draufgegangen. Achtung Leute, die werden ja nicht gerade... Hm. Naja. So, die haben wir auch komplett ausgeschaltet. Und wir gucken auch, dass wir die wirklich komplett auslöschen. Werden wir jetzt hier echt jede Menge Verluste mitnehmen. Gar nicht so smart gewesen von mir hier an der Stelle. Mann, Mann, Mann. Ist der Nordkrabbe. Ich erleide hier gerade zu viel Verluste für meinen Geschmack. Wobei, man muss wirklich sagen, dass die Kanonen deutlich mehr wert sind. Das ist das, was ich jetzt hier gerade verliere. Drei Mann haben wir getötet. Wow. Mal ein bisschen bessere Position. Sind ja auch ein bisschen bessere Position. Lassen wir mal ein bisschen schießen. Die sollen einfach mal ein bisschen ballern. Wenn wir einfach später nämlich mit unserer Kavallerie in den Rücken fallen. Die warten ja aktuell einfach nur auf ihren Auftritt. Und das machen wir dann gegen die und gegen die. Das ist der Plan aller Verluste zum Trotz. Das ist Nummer 1. Das ist Nummer 2. Und dann wird sich das jetzt wahrscheinlich auch sehr schnell erledigt haben. Feuer einstellen. Wir machen weiter. Plan ist jedenfalls voll aufgegangen. Und wie gesagt, wir gucken jetzt, dass wir die komplett auslöschen. Die sind auch weg. Müssen wir nur noch die weg machen. Und dann bin ich schon mal zufrieden. Schon mal ein wichtiger Sieg hier an der Stelle. Ja, das soll es auf alle Fälle gewesen sein. Knapper Sieg angeblich. Sie haben die komplett platt gemacht. Bis zur letzten Fliege. Kein Appa Sieg. Naja, 240 Mann haben wir verloren. Aber nee, nie im Leben haben da welche überlebt. Komm, hör auf, Alter. Ich hab die doch komplett ausgelöscht. Oh, ich hasse das Spiel. Diese Rundenberechnungszeiten, ne? Die killen. So, du bist Spion, also? Los Spionos. Los Rusco Armeos. Die müssen wir unbedingt platt machen, ey. Ihr hinkt einmal schnell da hoch. Dich tu mal weg. Dafür rekrutieren wir nachher lieber nochmal eine neue Einheit. Da nehmen wir noch die nächste Stufe mit. Das sind fünf, dreimal Pekingiere davon. Also an sich nichts, wo ich jetzt hier irgendwie groß zum Schwitzen anfangen würde. Unter normalen Umständen. Ähm. Die müssten eigentlich verstärken da drüben. Ja. Achso, die kommen sogar alle zur Verstärkung dazu. Machen wir jetzt hier mal Auto Resolve. Die Verluste auch wieder deutlich höher als notwendig. gewesen wäre. Naja. Lassen wir mal so stehen. Das Ding ist auf der nächsten Stufe. Die Forschung haben wir nächste Runde fertig. Echt? Nur ein Prozent, obwohl ich das jetzt ausgebaut habe? Hm, erbärmlich. Captain Kid. Ja, den Agenten wissen wir schon. Ach nee, war noch ein Agent. Achso. Moment. Gut, der macht da sein Ding. Beide machen da ihr Ding. Ähm, du chillst da. Du chillst dort. Hä? Wer ist denn da neu? Ah, der in Warschau oder was? Hm. Macht das jetzt Sinn, dass er da reingeht? Auch nicht so wirklich, ne? Aber kulturelle Unruhen lassen nach. Germanisch ist schon bei zwei Prozent. Bin gespannt, ob die Forschung, ob das wirklich was bringt oder nicht. Das ist das, was mich jetzt am meisten interessiert. Okay, war relativ billig zum Reparieren. Waren die das jetzt, oder was? Klatschen hier alles rum? Okay. Die sind beide draufgegangen. Minus fünf Prozent Bewegungsreichweite. Plus zwei Kommando im Kampf gegen die Osmanen. Also, im Kampf gegen Russen und Polen haben wir jetzt einen Bonus gegen Osmanen bekommen. Ich sag da nix zu. Tatsächlich. Ist mir echt zu blöd. Macht da überhaupt keinen Sinn. So, jetzt können wir die nächste, jetzt können wir schon wieder ausbauen. Aber macht jetzt keinen Sinn. Hab ja schon gesehen, dass das keinen Sinn macht. Jetzt ist nur die Frage. Die Forschung hat überhaupt nichts gebracht, ne? Kann auch sein, dass es vielleicht erst nächste Runde zum Effekt kommt. Kosten des 1.500. Freund bin ich nicht davon. Kulturelle Unruhen haben wir aber fast keine mehr. Wir haben jetzt auch eine gewisse Garnison schon in Warschau. Die zwei Kanonen würde ich halt gerne noch mal irgendwo mit hinschieben, wo sie gebraucht werden würden. Da unten zum Beispiel. Also, nun haben wir hier keine mehr. Warte mal, was? Ach, hör auf. Jetzt haben wir generelles Wachstum durch die Forschung. Das ist das Ding. Das ist gut. Ne, das finde ich toll. Tatsächlich. Research Punkte pro Runde für Erleuchtungstechnologien. Fünf. Auch sonst viele Boni. Dort neun Runden. Okay. Ne, das finde ich jetzt gut. Dass wir jetzt generell Kultur Konvertierung haben, ist enorm nützlich. Auch hier. Haben wir jetzt hier natürlich sehr viel Unruhen. Kulturell. Weil die halten sich ja nicht echte Grenzen. Geht sogar. So, hier geht dann nächste Runde. Wir müssen natürlich auch neue Truppen rekrutieren. Kann ich hier aber nicht. Also, hier gibt es nichts Gescheites zu rekrutieren. Ja, die polnische Linieninfanterie. Ich liebe sie irgendwie. Weiß nicht warum. Aber irgendwie sehen schön aus. Sind trotzdem relativ fake. Also, sind keine Vollidioten oder so. Die wissen auf alle Fälle, was sie treiben. Das finde ich alle sehr nett. Friedenseingebaut. Mit dem Dachy of Kurland und Semigallia. Ja, meinetwegen. Nehmen wir einfach mal an. Was ist mit dieser Smallpox eigentlich? Töten eine von drei Infizierten. Klingt nicht so gut. Muss ich schon sagen. So, jetzt lass mal kurz gucken. Mit der Schule. Brauche ich die jetzt eigentlich überhaupt noch? Ernstgemeinte Frage. Brauche ich die Schule jetzt überhaupt noch? Die haben ihre gesamte Armee hier stationiert, ne? Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die wollen mit mir spielen. Aber ich will nicht mit euch spielen. Dann schieben wir jetzt die zwei schon mal da mit runter. Rekrutieren hier nochmal zwei extra. Habe ich einen General da in der Gang? Und meine Generäle, alle? Alle fände mal einen General rekrutieren. Äh, General. Da. Ist doch relativ billig. Was sage ich mit Sachsen? Ihr wollt ja immer noch keinen Frieden, ne? Frechheit. Sowieso Frechheit eigentlich, dass die hier mit mir so hart im Krieg liegen. Äh, irgendwas was wir bauen können, sonst? Immer schon ein bisschen Geld auf der Tasche haben aktuell. Gut, reparieren müssen wir den Stuff hier natürlich alle zwei Tage. Da ist eine relativ große russische Armee. Ich weiß nicht, wofür diese Banner sind. Elite-Infanterie. Boah. Elite-Infanterie. Betreiben die hier auch noch? Das ist Mob. Mob will ich aber nicht. Ja. Die Kanone hier hat es halt auch komplett Hops genommen, ne? Dann sagen wir, wir lösen die auf. Und rekrutieren dafür lieber einmal neue, alte royale Kanonen. Fixed Artillerie. Nee. Nee. Fixed Artillerie mag ich nicht. Die könnte behalten. Wir schicken jetzt dich damit hin. Und dann die drei mit darüber. Ich hätte gedacht, Königsberg dürfte eigentlich, äh, keinerlei Probleme machen. Vor allem jetzt auch mit der kulturellen Konvertierung. Das sieht alles gut aus. Können wir sogar nachdenken, rein theoretisch, dass wir die Steuern mal erhöhen. Aber man muss ja nicht übertreiben, ne? Was haben die? Ah, leckerl. Okay. Da muss ich wirklich gestehen, das ist problematisch wegen den fünf Kavallerie. Weil aus Erfahrung kann ich sagen, Kavallerie suckt. Wenn du gegen sie kämpfst. Die Armee selber ist, ist Trash. Das sind Pikemen, ne? Pikemen sind gut rein theoretisch gegen die Kavallerie. Wenn du dir jetzt sagst, du versuchst, dich darauf vorzubereiten. Ich kann keine Pikemen rekrutieren. Okay. Gut. Hat sich das auch direkt erledigt, mein Gedanke? Und wir beenden die Runde einfach. Drei Farben. Mei. Der Drei-Farben-Druck. Ja, Residenz und Farmen. Und natürlich ein paar neue Einheiten rekrutiert. Habe ich jetzt 7400 Gold her? Ah. Soll mir recht sein. Ein Bonus-Salon bekommen wir irgendwas. Gab es eine Mission? Gibt es Missionen in dem Spiel? Oh, was ist das denn? Militärische Billets, was auch immer das heißen soll. Militärkrankenhaus. Verringert den Unterhalt für Infanterieeinheiten und ermöglicht die Forschung neuer Sachen. Habe ich eigentlich die Schule hier unten fertig? Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ne, dauert noch eine Runde. Die sammeln sich da immer noch. Drei Runden für den General. Ja, das bauen wir auf alle Fälle aus, wenn wir da die Möglichkeiten zu haben. Hier das gleiche Schauspiel. Und dann... Ja, wir chillen einfach weiter, ne? Hier ist sogar die deutsche Kultur schon auf Platz 2 relativ schnell. Ne, finde ich gut. Finde ich gut. Äh. 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 Ich glaube, ich spinne, Alter. Schweden will Frieden schließen. Wir sollen Schweden dafür bei Ostpreußen geben. Eine Technologie und am besten noch unser gesamtes Einkommen. Unsere gesamten Familienkinder und unsere gesamten Goldverräte, oder? Na, das sieht schon etwas realistischer aus mit dem Gold. Ich habe auch jede Menge neue Einheiten rekrutiert. Das kommt auch nochmal dazu. Gut. Klick, 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 klick. Ne, es bleibt bei 1%. Also 1% ist Max. Und die haben wir jetzt, schauen wir, irgendwie generell in fast allen Provinzen. Außer hier ist 0,5% bloß. Kann aber damit zusammenhängen, dass wir schon über 50% haben. Das ist quasi dann, wenn es relativ hoch ist, sich ein bisschen angleicht oder so. Also, aber trotz allem, äh, die Frage, wobei wir haben, also wir könnten die Nobility echt härter besteuern, ne? Wären sie es doch nicht ganz so amused? Naja, komm. Lass mal trotzdem. Wir lassen es einfach mal. Aber wir, wir stochern nicht in den Wunden der Armen, reichen Leute rum. Okay. Wärt ihr bereit für eine Offensive auf Minsk? Da ist eine große Russenarmee. Die sind generell sehr happy, was mich doch ein bisschen wundert eigentlich. Ähm. Wir kommen sogar direkt hin. Wir nehmen mal nicht alle mit, nur ein Teil. Und wir greifen auch direkt an, hätte ich gesagt. Äh, kurz, kurz belagern. Boah, die sind immer noch hart am Chillen. Das passt. Rekrutieren können wir auch nichts. Das passt nicht. Aber was wir machen. Und die schieben immer weiter Stück für Stück neue Einheiten rein. Es wäre in einem Kampffall sicherlich nicht so einfach zu verteidigen. Wir schieben jetzt trotzdem nochmal. Bis jetzt hat Sachsen nichts gemacht. Deswegen schiebe ich die Truppen jetzt trotzdem mal weiter zu unserer Hauptfront rüber. und greifen das Ganze jetzt an. Wünscht uns Glück, Freunde. Wenn wir das auch nochmal schaffen, dann ist Polen-Litau eigentlich größtenteils besiegt. Ah, das ist ein schöner Startbildschirm, wie man reinkommt. Okay, ähm. Moment. Achso, müssen da drüben hin. Das Problem ist, wir können unsere Art der Dreh wahrscheinlich in dem Fall nicht so gut einsetzen. Wir gruppieren die Wumpe mal schnell und packen die Art der Dreh mit vorne rein. Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. So, einmal hier rein. Zack. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus. Genau. Genau das dachte ich mir. Das heißt, wir wägen euch jetzt einfach mal ein bisschen nach vorne. Findet es ja trotzdem schön, dass wir sich nicht hier in den Häusern verschimmeln, wie ich es machen würde. Na, kommt dann. Wir haben übrigens schon die Kartetschen-Munition geladen. Die schießen hier schön in den Berg rein. Oh Gott, die schießen auf unsere eigene Leute. Jo. Jo. Jo, Leute. Macht mal kurz einen Abflug. Bevor sie euch nochmal den Kopf wegballern. Gibt es ja nicht sowas. Wo sind die anderen Jungs? Die schießen wahrscheinlich eher an den Berg rein, ne? Ah, ne. Schau mal, die machen. Ich glaube, die haben gute Treffer gelandet. Und trotzdem farmen wir jetzt erst mal hier die irregulären Freiwilligen. Ja, selber schuld, wer sich freiwillig macht. Digga. Die legen sich einfach wieder schlafen. Was ist denn das für ein Trend? Irgendeinen Trend verpasst? Ja. Flangieren. Ist das da hinten? Hä? Oh, ne. Also, ja, doch, aber... Oh, ne. Kurz weg. Äh. Okay. Ihr hört auf zu schießen. Ihr hört auch auf zu schießen. Ihr hört mir beide auf zu schießen. Komm, lass mal gut sein. Entspannt euch. So. Wie das ausschaut, Alter. Die liegen da am Boden rum. Man denkt, die sind tot, aber die leben in Wirklichkeit noch. Aber wir haben auf alle Fälle ein fettes, schönes Linien-Battle wieder. Ich liebe es, ja. Beide Seiten schenken sich nichts. Rauch. Musketenschuss. Geht's hier gut. Ja, scheinbar nicht. Oh, shit. Oh. Wann ist denn der Hobbs genommen worden? Und vor allem wie? Hey. Nicht so toll. So, wir machen jetzt hier einen auf Herr der Ringe. Wir fallen seitlich über die Feinde hinweg. Ah, ach so. Ah, da sind die Typen wieder dabei, die schießen. Theoretisch. Du jagst mal kurz die, die da stehen. Schön hier flankieren. Vielleicht beschießt ihr die sogar von hinten. Das dürfte denen noch weniger gefallen hier. Laden die nach, während die reiten. Das ist übrigens auch total dumm, was ich mache, weil wir hier von Franty Fire höchstwahrscheinlich getroffen werden. Noch nicht. Boah. Bleibt ihr halt von hinten beschossen, ne? Guckt die überhaupt nicht. Nachladen. Wir haben immer ein bisschen traurig gemacht, dass sie nicht richtig reingesteckt haben in die, ins Loch. Dass das nie wirklich funktioniert hat. So. Die haben auch keinen Bock mehr. Wichtig ist auch hier nur wieder einen überwältigenden Sieg zu feiern. Oh Gott, oh Gott. Was ist denn da hinten eigentlich? Irgendwelche Garrison Guards. Wo kommen die denn her? Gut, Garrison Guards. Das hört sich ja nicht von selber. Äh, rein charge mal bitte. Okay, die schauen uns gar nicht an. Hä, die rennen jetzt schon weg. Kein Faxen. Hä, die rennt schon vorher weg, Feiglinge. Hä? Was ist denn mit euch? Die anderen stehen übrigens nervig auf ihrer Mauer da oben. Aber ansonsten sieht es gerade sehr gut aus. Wir räumen jetzt erstmal kurz auf hier mit den Überbleibseln, um möglichst hohe Verluste zuzufügen. Und dann können wir immer noch uns um die Mauer drosselnder kümmern. Machen jetzt hier auch einfach die alte Charge-Taktik einfach rein. Ein paar Verluste wird es wahrscheinlich geben. Aber im Großen und Ganzen dürfte es deutlich schneller gehen, als wenn wir ein bisschen eine Stunde rumschießen. Weil nicht ein General haben wir umgepuppert. Ach, das war der General. Äh, nicht schießen. Angreifen einfach. Okay. Passt. Beseitigt noch kurz die Überreste. Ansonsten haben wir eh sehr gut eigentlich aufgeräumt, würde ich behaupten. Die haben ja auch einen guten Job gemacht. Gucken wir mal, ob wir die da hinten noch kurz wegjagen können vielleicht. Als kleinen Bonus. Das sind nämlich diese Elite-Einheiten mit diesen schönen Uniformen. Die würde ich schon auch gerne loswerden. Das brauche ich aus. Na, da leben wir auch noch ein bisschen zu viel. Da auch nochmal schnell hin. Alles über 20 ist zu viel, wenn ihr mich fragt. Sehr schön. Entscheidender Sieg. Auch wieder kein heroischer Sieg. Ich schaffe keine heroischen Siege mehr irgendwie. Krieg findet immer einen Weg. Berthold Brecht, deutscher Poet. Sehr gut. Die haben wir komplett ausgelöscht. Und haben damit auch diese Provinz erobert. Und damit ist eigentlich jetzt Polen-Litauen Geschichte. Deswegen würde ich mal sagen, wir versuchen einfach nach Frieden zu ersuchen. Mit Polen-Litauen. Unter normalen Umständen sollten sie das jetzt eigentlich akzeptieren. Ich will kurz gucken. Polen-Litauen. Frieden und Forderungen. Soviel dazu. Okay. Den Frieden haben sie jetzt trotzdem angenommen. Warum haben wir uns jetzt hier zurückgezogen? Hä? Russland. Mit denen habe ich keine einzige Schlacht geführt. Vielleicht hilft es, Frieden zu schließen. Nein. Die wollen weiter kämpfen. Schweden. Der Krieg ist doch völlig nutzlos mit uns. Gut. Wir bewegen diese Armee in ihrer vollen Größe Richtung Sachsen. In der Hoffnung, dass sie auch diesen Frieden ehren. Sage ich jetzt einfach mal. Ich würde hier tatsächlich eine Farm replacen. Und da eine Schule nachher hinbauen. Auch hier haben wir ein Wachstum in deutscher Bevölkerung. Natürlich auch sehr hohe Unruhen aktuell. Das wird sich allerdings bald ändern. Dann können wir vielleicht noch Milizen. Haben wir keine. Immer zwei Milizen rekrutieren noch zusätzlich. Und so würde ich jetzt sehr schnell sagen, liebe Leute, danke fürs Zuschauen für heute. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Ich wünsche euch allen